So, da sind wir schon bei der einfachsten Aufgabe eigentlich, nämlich so, wie wir halt den Brawler freischalten können. Er ganz einfach schließt halt insgesamt drei Aufgaben ab und schon bekommt ihr den Brawler. Ich habe dafür halt verwende ein Spraymotiv gemacht, ich suche sieben Truhen, bevor du halt Schaden erleidest und sammle drei verschiedene Arten von Waffen auf, die mindestens episch sind. Und so bekommt ihr den schon, also den Skin bekommt man in Anführungszeichen in meinen Augen fast geschenkt. Nämlich die Aufgaben macht man sowieso quasi fast nebenbei. Die Truhen öffnet man immer, dann verschiedene, also epische Waffen aufheben, macht man sowieso während dem Spiel. Drei Stück, denke ich mal, hat jeder schon mal gehabt. Und gerade einmal ein Buggle landen und da ein Spraymotiv machen. Ich denke mal, das sollte auch noch jeder hinkriegen, am besten sogar direkt da landen. Vielleicht hat man Glück und kriegt schon ein, zwei Kisten hin und dann kriegt man es in der nächsten Runde. Ihr seht, so sieht der Brawler jetzt aus. Wir gehen auch mal direkt in die Lobby rein. Ja, ist schon okay. Kann man machen, ne? Ist okay. Mal gucken, wie viele jetzt die ganze Zeit damit rumlaufen. Ich denke mal, jetzt wird erstmal jede Lobby damit voll sein, aber ist ja auch normal. Also in dem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch auch damit weiterhelfen, wie ihr den freischalten könnt. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich mache für euch noch die nächsten Aufgaben. Und in dem Sinne gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen und haut rein. Und in dem Sinne, ich hoffe, 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 Vielen Dank.